Ich hab gewonnen, gib mir meine Kohle! Du hast was? Äh, verloren. Du bist dran. Ebo! Hier ist meine Kohle. Pass auf ihn auf. Kann ich dich mal sprechen? Oh, shit. Pupp ist mitgekommen. Er will, dass ich mir mein Fahrrad wiederhole. Du weißt, ich wär nicht gekommen. Was für ein Rad? Im Beachcruiser. Ich hab dich vor ein paar Wochen damit fahren lassen. Danach hab ich dich doch schon mal gefragt. Oh, das Fahrrad. Und das wirst du jetzt wieder machen. Ich hab's hier. Komm mit. Ja, weißt du, es ist ihm sehr wichtig. Er ist viel damit gefahren. Cool. Oh, shit. Das ist mein Fahrrad, Mann. Das ist spitzenmäßig umgenietet. Du willst wohl auch was ab? Nein. Schwing deinen Arsch in die Höhe und steig gefälligst ein. Ich versteh nicht, was du hier willst bei so einem Pack. Beeil dich.